hi leute und willkommen zurück bei assassin's creed syndicate mit mir cj von ulje gaming ja und wir haben ja in der letzten folge lambeth komplett erobert in einem harten kampf gegen diesen tollen hauptmann ja der war echt heftig muss ich sagen und nun hatte ich glaube ich gesagt war ein bisschen der haupt story machen wir auch noch ich verspreche es euch in dieser folge aber vorher möchte ich mal bitte dieses c machen dieses charles dickens denn ich habe ja die special edition und bei der special edition bekommt man ja die dickens und darwin verschwörung heißt sie glaube ich die verschwörung um darwin und dickens genau außerdem auch die groschen romane was so viel ist wie die mysteriösen mord für den unity und verzeihung da muss man halt bestimmte sachen machen unter anderem eine dickens und eine darwin erinnerung um das zu bekommen und für die groschen romane weiß ich gar nicht mit sich immer nachgucken deswegen möchte ich jetzt halt gerne mal die dickens erinnerung machen ich weiß gar nicht von den darwin schon haben aber das werden wir dann auch sehen so was los sind heute der dummheit keinerlei grenzen mehr gesetzt ich habe letztes mal nicht nach ihrem namen gefragt ich bin evie frei und das mein bruder jacob sagen sie glauben sie ein gespenster nicht wirklich nein ja ich selbst bin auch eher skeptisch wir leben hier in einer der modernsten städte der welt und dennoch sind ihre einwohner dem übersinnlichen so höre ich dass die scharlatanen tür und tor öffnen und deshalb trat ich dem ghostclub bei der ersten gesellschaft in der welt die dieses phänomen systematisch untersuchen möchte denn die die wahrheit wie ein gespenst muss erst bedrängt werden bevor sie sich offenbart schließen sie sich uns an das klingt absolut lächerlich warum nicht das klingt faszinierend richtig hier ist ihr erster fall oh gott jetzt sind wir ghostbusters geworden oder was ein potenzielles opfer aufspüren na gut nur weil du wolltest evie ich würde sagen wir gehen mal wieder in die höhe da sehen wir besser noch ein bisschen höher da sehen wir vielleicht noch besser wenn man mal davon abdäht sieht dass ich gerade gar nichts sehe ähm ja ok wieder unser adlager aha ja hören sie auf das ist schon weg auf dem weg talk to the victim of course i will talk hallo ich bin jacob frei ghostbuster nummer eins ich möchte mit ihnen sprechen ja ich bin schon dabei nicht die strahlen kreuzen denkt an leute nicht die strahlen kreuzen ja gehört schon der sarkasmus geht um macht nichts so muss es sein bei so einem spiel hier ist nichts potenzieller opfer wo bist du dieses opfer wird irgendwie gerade angegriffen ich sollte es verteidigen alter ja toll das ziel ist tot hast du toll gemacht so auf ein neues ein weiteres potenzielles opfer ja ich habe eben gerade attentat attentat also ein bisschen bei angreifung gedrückt wie blöde aber es ist nichts geschehen ja und dann ging es plötzlich nicht mehr kann ich kurz auf messer wechseln ja das geht ist er wieder hier vorne ja na hast du angst bekommen ich kann dem nichts machen ich würde dich ja verteidigen aber es geht nicht jetzt bin ich im kampf endlich wurde auch mal zeit aber alter okay ich muss erstmal wieder reinkommen was mit dem du blöder Drecksack naja verteidigt habe ich es ja ich habe nur das den Gegner nicht getötet aber ist das egal sprungfeder Jack Spuren untersuchen jawoll das kriegen wir hin hoffe ich inspizieren wir mal naja geht so ne ich finde das jetzt gerade finde ich es ein bisschen doof dass ich äh im laufen kein Adlerauge benutzen kann so da hinten rein so was hast du hier gemacht die blauen Spuren an den Wänden echt jetzt na gut hoch bitte so wo bist du hier auf jeden Fall gesprungen das machen wir auch ähm ja wo ist er denn hingegangen machen wir erstmal weiter vielleicht ist er hier hin ja hier war er habe ich gesehen irgendwo dann ist er hier runter gut gut das kriegen wir auch hin dann ist er wieder hier hoch und da oben steht er auch Klauenfeder Jack achso gefangen ich nehme dich gefangen aber ich würde es tun ne inspi achso muss ich ihn ehrlich jetzt nochmal untersuchen jetzt richtig oh ich kriege ihn schon wieder nicht Alter warum blockst du nicht warum blockst du denn nicht weil Cola macht gerade nichts so eine scheiße wie mich das gerade abnervt nervt dass mein Controller einfach nichts gemacht hat jetzt sind so inspizieren naja du bist hier lang also ich nehme an er wird wieder in die gleiche Richtung gelaufen sein dann weiß ich ja noch wo es lang geht und vielleicht macht er dann ja auch gleich mal was Klauen Spuren, hm? blauen Spuren an den Wänden so weiter weiter im Text einfach hier rüber das geht auch so noch so und jetzt ah jetzt wie gesagt das wäre jetzt geil wenn ich jetzt den Seilwerfer hätte benutzt so wieder hier runter weiter und da hoch aber eigentlich ich meine ich ich schlag ihn nieder so und jetzt kann ich das bestimmt äh äh instizieren und wie krieg ich den jetzt runter tragen so achso das war gar nicht der richtige oder wie ok ist natürlich dumm oder doch oder nicht ne anscheinend nicht dann weiter so wenn wir hier runter müssen ok da rauf naja das kriege ich schon irgendwie hin warum kann ich schon wieder hier nirgends hoch L1 also da ich irgendwie nicht glaube dass mein Controller mit zunehender Spielzeit kaputt geht viele Wachen ein maskierter Ära im Innern so lässt es sich leben hmmm einen geheimen Eingang finden aber wie gesagt da ich nicht glaube dass mein Controller sich mit zunehender Spielzeit abnutz wie ich das fast auf Spiel schieben und das finde ich eigentlich nicht lustig hoffentlich ähm passiert es einfach nicht öfter ok lenken wir die Leute mal ein bisschen ab so dich noch schnell Mist darf der Eingang? komm ich da runter? jajajaja anonyme werden um fortzufahren die Kultisten kommen die mehr nach? . ist doch gar keiner hier alles ok alles ok Auch echt So jetzt klappt auch hier Also jetzt muss es mit dem Blocken klappen Ansonsten haben wir nämlich gleich ein Problemchen Und zwar etwas größeres Und tödlicheres Ja, Wiesel flink Auch mal Wiesel ist flink Aber das wollt ihr wahrscheinlich Ja, da haben wir gar nicht wissen Macht nichts Ich wollte euch ja trotzdem mal mit Gravitationsbombe Bombewerfen So brauche ich gar nicht mehr Es ist nur noch einer über Na gut Töten Ich muss ihn sogar doppelt töten Wie das aussieht hier Haben wir zwei Töten-Symbolen da, oder? Ja, das ist so Alter Ja, das ist ja toll Aber war... Okay Jetzt geht's wieder Wenn ich immer nicht adäquat kämpfen kann Ist das total ätzend So Jack The Ripper Kennt ihr eigentlich die BBC-Serie Ripper Street? Spürt auch Ungefähr In dem London Wo wir gerade sind Und äh Ist ziemlich geil dargestellt Wie die Polizeimethoden damals waren Die hat ja noch keine Computer Alles mögliche Nee, musst du alles selbst machen Und von daher Auch die schauspielerische Leistung Ist ziemlich geil Ähm Ja Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen Kommt jetzt bald die dritte Staffel raus Natürlich immer nur so acht Folgen Aber sowas ist ziemlich cool Also Daumen hoch dafür Und Daumen hoch Dass wir Sprung, Feder, Jack abgeschlossen haben Damit hätten wir die erste Dickens Erinnerung Fertig Komm ich hoch Scheint so Ja Das geht sogar ganz hoch So hoch wollte ich gar nicht Ja Das war aber Anstrengende Sache Kann ich Weil ich wäre zu blöd dafür Grundsätzlich So Ich hatte ja versprochen Dass wir noch die nächste Nächste Hauptmission machen Die sind beide hier Und beide Ähm Da war ich nirgends Ah zu versteckt Schnellreise Okay Da wollen wir hin Das ist dann am nächsten Passiert Agnes passiert Level 3 Mission ist das nur So Ich möchte hier bitte wieder raus Ach quatsch Okay Wo bin ich gelandet Oh Fast direkt daneben Passt sich ja ganz gut Ähm 140 Meter in die Richtung Was kriege ich wohl noch hin Ach komm sei ruhig Ach komm sei ruhig Ich hab euch doch gekauft Ihr dürft mir überhaupt nichts mehr Gegen mich haben Die Schläger verjagen Soll ich mal rumprügeln Wie mach ich denn das Soll ich jetzt mal hier ne Bombe reinwerfen Oder was So 500 Pfund bekommen Sehr schön Dafür dass ich hier einfach mal ne Bombe reingejagt habe Muss man auch erstmal machen Meistens wird man dafür ja ins Gefängnis gesteckt Wenn man irgendwo ne Bombe reinjagt Nein Ich bekomme Geld dafür Und sogar ganz offiziell So Einmal rüber Und dann sollten wir auch schon gleich da sein Zimmer Mit Ausblick Jawohl ja Stufe 5 sogar Sind wir ja schon Müssten wir sein Und Big Ben arbeitet wieder Also führen die Hinweise aus dem Kenway House zu Diesem Monument Welch wunderbarer Zeit Vertrag mir zu folgen Und offensichtliche Fragen zu stellen Da Henry nicht mehr hier ist Dachte ich Du freust dich über die Gesellschaft Ich benötige keine Gesellschaft Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren Oh ja Mr. Green Welch faszinierende Idee Oh bitte Mr. Green Sehen Sie sich mal dieses Buch an Und stehen Sie dabei ganz nah neben mir Ich habe nie Du magst nichts besseres zu tun haben Aber ich versuche die Assassinen zu beschützen Ach tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu Dass persönliche Gefühle die Mission gefährden Genau das Aber egal Ich bin weg Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde Melde ich mich Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen Das glaube ich auch Oh was steht da hinten? Bankers Money Money kann ich gerade nicht lesen Schade Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz In die Fähigkeiten reingucken Ob wir noch Punkte haben Ja haben wir in der Tat Ähm was haben wir hier noch? Einschüchterung Gefangen Genommene Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen Okay Erstschlag Greifen Sie einen Gegner an Kurz bevor dieser in den Kampf einsteigt Ne Beute Take Down Die Plündern Gegner automatisch Ja das nehmen wir Definitiv Dann muss ich jetzt mal gucken Ob es noch irgendwo so einen Einer gibt Kosten auch alle schon zwei Verteidigung eins Aber reduziert den Nahkampfschaden Würde ich auf jeden Fall ganz gerne noch nehmen Ist mit Sicherheit sehr sinnvoll Neues Level erreicht Level 5 mit Eevee Jawoll ja So 9 Punkte für Level 6 Aha So wer ist schlechter Ne wir behalten das erstmal auf Mit Eevee brauchen wir das ja nicht So den Fuß des Monuments untersuchen Gehen wir erstmal hier rüber ne Ja ne Finde ich auch So wo gibt es denn hier Gegners Können Sie denn wirklich in einer Feuerfalle leben Was haben wir Kann eine Bombe werfen Ob das so Sinn der Sache ist Das frage ich mich auch Aber irgendwie kann ich ja auch jetzt einfach mal Ach du bist Hallo Naja versammelt euch mal alle Ich guck mal ob ich hier irgendwie hinkomme Schön hier oben ist das ein Aussichtspunkt eigentlich Ne Sieht nicht so aus Ein bisschen dumm ist das schon gerade Gehen wir mal hier runter Da kommen wir auch ganz schnell hin Ich muss mir nochmal überlegen Wie ich da jetzt eigentlich hinkomme Ich meine ich kann da ja Irgendwie kann ich da ja nicht einfach in das Sperrgebiet rein und sagen Och Leute ich möchte mal das Monument angucken Aber ich könnte ein paar Rooks rekrutieren Und die vielleicht ein bisschen Arbeit für mich machen So hier steht einer Machen Sie sich öfter ein Bild Hier muss es doch etwas geben das hier interessiert Du weißt was du tunest Du weißt was du tunest Doch ich versuch mal eben schnell zu verschwinden Tja da bin ich leider nicht mehr mein gutester Tut mir leid Und jetzt bin ich auch weg Okay das ist theoretisch gar nicht so einfach Ja ja ist klar So versuchen wir es nochmal Diesmal versuche ich gar nicht erst Wurde gerade sagen ich gar nicht da rein zu gehen Aber Ja Ich glaube auch Bin ich hier schon wieder im Kampf drin Och Mensch Au 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 So liebe Rooks Jetzt könnte ich mich doch mal echt Oh Gott So wird das nichts So wird das nichts Da muss ich mir was anderes überlegen Dann schauen wir mal Was für eine Taktik wir diesmal anwenden Die letzte scheint ja nicht geklappt zu haben Also das erste was wir mal machen könnten Ist hier zum Händler Ja Alles auffüllen bitte Sehr gut Dann möchte ich wieder ein paar Rooks rekrutieren Da haben wir wieder zwei Kann ich jetzt auch noch weiter rekrutieren Oh Hallo zu den Gönnen Bolzen So hier sind auch noch irgendwo Rooks Da hinten Okay fünf Oh mit Freunden im Rücken Paufeer erhalten So ich bin ja jetzt eigentlich Nicht im Sperrgebiet drin Das heißt es dürfte mich nicht betreffen Wenn Irgendwelche Leute einfach mal Umstürmen und versuchen So und jetzt sind sie auch alle auf der Haben sie die Rooks gerade alle abgeschlachtet Kommt muss ich hier rein Kann ich hier rein Oh Gott So neue Rooks Na gut Aber wenn die einfach alle abgeschlachtet werden Wie blöde Dann ist das ja auch nicht ganz so einfach Weiß ich auch ehrlich gesagt Gar nicht wo ich hin muss Muss ich hier unter irgendwie Ja aber das geht bestimmt nur Wenn ich anonym bin Natürlich Okay von vorne vielleicht rein Wenn ich hier mal nicht mehr unter Beschuss bin Hm So ausweichen ausweichen Weg hier Okay Komme ich hier rechtzeitig aus dem Radius raus Ich weiß es nicht Ja aber die kommen gerade von hinten Das ist doof Bist du jetzt mal hoch hier irgendwo Okay Das hätten wir Jetzt wieder leise ranschleichen Also das mit den Rooks bringt auch nichts Die werden auch nur geopfert eigentlich Wenn man das so möchte Weil die sind zwei Level unter den Polizisten Das bringt so nichts Das einzige was wir versuchen könnten Ist Irgendwie vorne lang zu schleichen Dass wir da einfach irgendwie ran Der sieht mich schon wieder Da ist noch ein Heuhaufen Komm Evi Okay 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 Attentat Den müssen wir auch gleich geplündert haben Dachte ich Ne Ja Okay Da habe ich nochmal entkommen Boah Dass der mich schon wieder sieht Mit mehr sanitären Anlagen Und weniger offenem Feuer Was für ein Aufruhr Sie benehmen sich ja wie Kinder Ja das war Halb gut Also ich habe mir zwar sowas schon gedacht Dass ich es mal so machen wollte Dennoch Wäre es schöner gewesen Wenn der andere mich nicht gesehen hätte Aber gut Man kann nicht alles haben So komme ich jetzt hier mal irgendwo hoch Ich muss jetzt hier mal ganz schnell irgendwo hoch Ansonsten Bin ich nicht gleich wieder Opfer So weiter So Hier rüber So Kommt Kommt da einer bald So eigentlich guckt gerade keiner Heißt eventuell Ach echt So er wird kommen Na wo willst du lang So entkommen oder Okay Jetzt 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 Ja es geht Glück gehabt Leute Glück gehabt Wie geil Okay Zur Spitze des Monuments Warum denn das Sperrgebiet verlassen Ich möchte hier hoch Verdammt Warum geht denn das Schmied nicht So Sehr gut Einmal hier rüber Hier hoch Und vielleicht komme ich von hier dann Zur Spitze des Monuments Ja Zumindest halbwegs gut Zur Spitze Sehr schön Komm schneller Ivi Schneller Schneller Nicht das Nochmal Das wollen wir nicht So weiter Okay das war zu hoch Ein runter Jawohl Was Todessprung von Seilrutsche Seilrutsche Ein Heuerhaufen Todessprung von Seilrutsche Okay Seilrutsche In ein Heuerhaufen Nur das ging schon mal nicht Oh hallo Hallo liebe Leute Jaja Ich bedanke mich für das zugucken Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity mit CJ von Unreal Gaming Macht's gut Ciao 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 Vielen Dank.